Ich glaube aber hier, den muss ich nochmal ausbauen. Das geht hier sonst mal gar nicht. Und... Was ist denn hier der? So, hier ein Plus. So. Und wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Den baue ich auch noch aus. So. Dann mache ich hier endlich mal die Marine Werft. Wenn ich sie finde. So. Nicht genügend Baumaterial. Schön. Das geht noch ab. Achso, Bauzellen gehen auch schon wieder aus. Was haben wir hier? Frachtlager. Eine Flak. So. Das geht auch mit Flak. Wie immer. So. Und los mit dir. Kriegt er wieder kein Eisen? Die produzieren mir einfach zu schnell das Eisen weg. Das gibt es doch nicht. Kohle auf Lager. So. Eisenerz. Habe ich gar nichts auf Lager. Ja. Ah, ja. Hm. Ja, ja. Ja, egal. Geil. Wow. Ah. Wie geht denn das jetzt? Das auf einmal, von einmal aufs andere Mal. Hier brauche ich. 950 für. Das ist Überwachungsstation, aha. So, dann brauche ich hier. Ich brauche Strom. Ja, danke Spiel. Ist ja super. So schön wie der Speichertz. So. Wie lange spiele ich denn schon wieder? Ach. Geht ja noch. So. Erstmal ein bisschen warte über eine Stunde. Da kann ich ja noch. Da geht's ja noch. So. Die ganze Insel ist fast leer hier. Reis wird immer noch munter produziert. Oh, läuft auch schon zu 80%. Sushi kommt endlich mal auf Lager hier. Lager leert sich. Ja, wie immer. So. Was wollen die jetzt an Nahrung? Pasta-Gerichte. Hm. Getränke sind auch schon wieder fallend. Oder? Nö. Die wollen andere Getränke, die Jungs. Mit dir haben wir wirklich aufs richtige Pferd gesetzt. Danke. Aha. Was? Bio-Drinks. Gut. Bio-Drinks wollen die Herren. Ist ja schön. Kann ich nur leider noch, glaube ich, noch nicht produzieren. Nö. Weil wir die Herrschaft nicht aufsteigen wollen. So. Ah, ich brauche jede Menge Holz. Das ist mein Problem. Dann mache ich hier mal eine Holzproduktion her. Aber vom Allerfeinsten. So, Holz. Eins. Zwo. Drei. Vier. Und dann zwei solche Dinge hier. Und dürfte es hier vorangehen. So. Oder? Nee. Wart. Ah. Jetzt habe ich es. So. Die müssen hier näher dran stehen. Energieversorgung mangelhaft. Gut. Dann brauche ich hier ein paar Straßen. Ich habe die einfach verkehrt produziert. Die Dinge. So. Stromversorgung ist schon wieder mangelhaft. So. So. Dann ist hier mal Ruhe. Und die Holzproduktion wird jetzt sicherlich auch steigen. Dann gebe ich euch mal frei hier. Ja. Zwei Stück auf einmal aufgestiegen. Das ist wunderbar. Jetzt hoffe ich gebe mir bald das Geld hoch. Dann reiße ich glaube ich die hier weg. Dann ist es hier mal wieder ein bisschen besser. So. Jetzt müssen hier erstmal die Bäume in Schwung kommen. Und ich grade ich auch gleich zweimal ab. Dann ist das mal eine super Versorgung. Hoffe ich ebenfalls. Kurz am Ohr gekratzt. Muss ja auch mal wieder sein. Sonst ist es ein bisschen nervtöten. Und man kann sich nicht richtig aufs Spiel konzentrieren. So. Das ist eigentlich jetzt das schönste Stätzchen wie ich jetzt. Das ist ein kleines Paradies geworden. Findest du nicht auch? Natürlich finde ich das. Die Kohle steigt wieder. Steuereinnahmen. Eko-Angestellte bringen mir grad das meiste Geld. Steuereinnahmen. Wohnhäuser haben die Eko-Angestellten auch die meisten. Aber die Eko-Arbeiter gehen auch hoch. Das ist toll. Gut. Die Munition würde ich mal sagen kann ich jetzt mal auf Eis legen. Und so habe ich hier gleich mal eine Überproduktion. Dann mache ich hier wieder auf. So. Ich bräuchte fast noch eine Eisenmine. Würde ich mal so umkennen. Aber passt eigentlich noch. Haben wir eigentlich noch alles zu Genüge. Nicht dass mir irgendein Scheiß passiert. Nö. Passt. Alles nimmt zu. Auch Sushi mehr oder weniger. Produzieren auch beide schön. Nicht ganz so schön. Ich glaube. Eine Ding baue ich noch. Eine Gemüseplantage. Ach. Mir fehlt schon wieder Holz. Na. Will hier Holz nicht steigen. So. Ja. Bäume müssen erst mal nachkommen. So. Hauen ein paar Dinger schon ziemlich rein mit der Öko-Bilanz. So. Jetzt muss ich denen echten Baustopp geben. Jungs. Gebt Ruhe. Ich brauche mein Holz. Die Framerate verabschiedet sich auch schon wieder. So. Komm. Die Mission will ich heute noch irgendwie schaffen. So. So. Aber jetzt. So. Stell ich fünf von den Teilen auf. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Ein ist drastisch. So. wie sieht es denn aus mit dem Sand, habe ich eine schöne Überproduktion, joa Granulat, wer stellt den Granulat her, ihr ja, mache ich noch eine Bauzellenproduktion auf, ich kann es ja, so, mache ich euch die Sache mal wieder leichter, so, dann könnt ihr wieder aufsteigen, Sandextraktor, Kalksteinbruch, Baumöglichkeiten erweitert, oh cool, dann mache ich hier mal den hier, wenn ich es hätte, so, jetzt muss ich aber hier mal, also wenn du hier weiterhin das Sagen hast, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, ja, das ist toll, höre ich gern, so, Straße, Straße fürs Erste, danke, so, dann brauche ich aber hier immer noch, den hier, fünf Holz, komm, das fünfte Holz, bitte, danke, so, und ich mache hier, Warnung, Produktion gestatt, Welche, die hier, wieso denn, ach, dein Lager ist voll, das ist aber blöde, dann brauche ich Schnellstraßen hier, Schnellstraßen, so, sind zwar teurer, aber was hilft's, muss ja wohl sein, so, sonst wird hier gar nichts gemacht, so, dann könnte ich hier noch eine Schnellstraße rüberziehen, dann passt es, glaube ich, so, und du produzierst auch schon, das ist schön, die sind erfüllt, jetzt brauche ich insgesamt 1200 Eko-Angestellte, so,